Und hier ist einmal das Kurzergebnis von was wir heute gemacht haben. Altes Wohnwagenfenster mit Alu-Rahmen zweischichtig, wo sich die Folie schon innen gelöst hat, haben wir heute ausgetauscht. Gegen ein Sights S4, Ausstillfenster mit Sonnenrolloverdunklung, die ist jetzt gerade aktiv, und Moskitonetz, was wir euch mal kurz zeigen können. Was natürlich auch voneinander getrennt werden kann, mit drei vernünftigen Verregelungen. Und man kann auch, was ich an den Sights S4-Fenstern liebe, oder Dometic, wie der aktuelle Hersteller heißt, ist die Zwischenstellung für die Vögelüftung. Bist immer noch eingehakt. Okay. Genau. Was sehr geil ist. Okay. Viel Spaß beim Zuschauen der nächsten Videos. Danke. Ciao.